Am 11. April soll ein TV-Duell zwischen Mario Vogt von der CDU und Björn Höcke von der AfD in Thüringen stattfinden. Ein schönes Duell, wo man sich gegenseitig inhaltlich stellen kann. Das aber wird vielleicht verhindert, haben wir ja schon darüber gesprochen in einem Video, und wird jetzt von einem Psychologie-Professor infrage gestellt, denn, Zitat, dieses nutzt in erster Linie Björn Höcke und sollte man vielleicht dann doch nicht machen. Damit moin zusammen, ich bin Olli für kritischen Content, jetzt gerne ein Abo da lassen und du kannst es wirklich an Lächerlichkeiten nicht mehr übertreffen. Seit Jahren wird uns angekündigt und gesagt, es würden doch die AfD endlich jetzt mal hier per Inhalt gestellt werden. Ich warte bis heute darauf. Ich konnte das noch nicht stattfinden und feststellen. Jetzt aber kommt ein Psychologie-Professor und der warnt auch noch vor der Situation. Hat man denn wirklich so viel Angst, dass ein Björn Höcke vielleicht den CDU-Kandidaten stellen könnte auf inhaltlicher Basis? Ist es genau das? Wir gucken uns mal ganz genau an, was dieser Professor hier vorwirft und in den Raum stellt. Psychologie-Professor warnt CDU vor TV-Duell mit AfD oder auch hier CDU-Mann will sich mit Höcke im TV duellieren. Nun warnt Experte eindringlich oder auch im ZDF. Das TV-Duell mit CDU-Kandidaten könnte Höcke nützen. Und ich habe dazu hier im Olli-Kanal eine kleine Umfrage gemacht im Community Tab und schreibt ihr doch mal in die Kommentare unten rein, wird das überhaupt stattfinden? Wird dieses TV-Duell am 11. April überhaupt stattfinden oder wird es vorher abgebrochen bzw. gar nicht erst stattfinden? Und die Mehrheit von 633 gerade hier vor 10 Minuten abgegebenen Stimmen sagt ihr ganz klar, es wird stattfinden. Nein, CDU zieht den Schwanz ein, sagen, sage und schreibe 81%. Ich kann mir vorstellen, dass es stattfindet und es wird ein absolutes Fiasko für die CDU und speziell hier den Mario Vogt von der CDU, denn er würde meiner Meinung nach von Björn Höcke gestellt. Er kann sehr gut argumentieren, er kann sehr gut reden. Und wir gucken aber jetzt mal uns an, was denn dieser Professor hier genau zu bemängeln hat, was die Gefahren für die CDU sind. Und das ist niemand geringer als Tobias Rotmund von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Zitat, es nutzt in erster Linie Björn Höcke, weil es durch diese Art des Duells in die Rolle eines ernst zunehmenden politischen Gegners gehoben wird, mit dem man sich die Bühne teilt. Ja, aber sorry, lieber Herr Rotmund, was soll das denn sonst sein? Der Herr Höcke ist derjenige mit den stärksten Umfragewerten und seiner Partei aktuell in Thüringen. Also gebührt es doch, diese Bühne mit ihm zu teilen, denn er wird, so sieht es ja zumindest aus, auch der Ministerpräsidentenkandidat, also Spitzenkandidat für die Alternative für Deutschland in fünf Monaten bei der nächsten Wahl sein. Soll man ihm jetzt die Parteibühne oder diese politische Bühne dort verwehren? Habe ich das richtig verstanden? Ziel von Höcke könne sein, sich staatsmännisch zu geben. Nee, Leute, jetzt reicht's. Stellt euch das mal vor. Ja, aber was soll er denn sonst machen? Soll er da jetzt mit einem gehäkelten Pullover ankommen und noch ein bisschen hier stricken, wie die Grünen das in den 90ern im Bundestag gemacht haben? Was erwarten diese Leute denn? Also da fragt man sich doch allen Ernstes, warum wird denn so bemessen und so? Das ist doch keine sachliche Kritik hier, dass er den Eindruck vermittelt, dass er als Ministerpräsidentenamt haben kann, dass er geeignet dafür ist. Das ist es auch, was seine Wählerschaft sehen will. Ja, offensichtlich. Wenn ich zahlreiche Kommentare von euch dazu lese, ist das ein Wunschkandidat für sehr, sehr viele Leute. Also da verstehe ich wirklich nicht diese Argumentation, aber das Ganze geht noch weiter und wird noch abstrakter. Ich sehe die Gefahr, dass in einem solchen Gespräch ein Dilemma entsteht. Auf der einen Seite will Vogt die Menschen, die die AfD anspricht, für sich gewinnen, auch mit den entsprechenden Themen. Auf der anderen Seite will er sich von der AfD abgrenzen. Höcke könnte Vogt in eine Situation bringen, wo dieser entweder zugeben muss, dass die AfD die einzige Partei ist, die eine bestimmte Position glaubhaft vertritt, oder er sich mit der AfD gemein machen muss. Beide Varianten wären eher nachteilig für die CDU. Und da gebe ich dem Herrn Rothmund definitiv recht. Hier hat er wirklich einen Punkt gefunden. Und das ist doch schön. Warum ist das schön und richtig und gut zu sehen für die potenziellen Wähler der CDU oder aber der AfD in Thüringen? Weil man dann weiß, woran man ist. Entweder er macht es so, oder er widerspricht und macht es so. Und dann kann sich jeder einfach selber entscheiden, ist der Herr Vogt der richtige Kandidat, der gegebenenfalls ja dann der Ministerpräsident werden könnte, in Thüringen, wenn die CDU die meisten Stimmen bekommt? Das ist doch eine ganz einfache Philosophie. Oder läuft es vielleicht darauf hinaus, dass man in Thüringen doch eine Koalition zwischen CDU, Linken und Bündnis Sarawagenknecht annehmen wird? Ja, und wird der Herr Bodo Ramelow vielleicht dann doch noch im Amt bleiben? Oder wird es dann der Herr Vogt aus der CDU sein? Das sind alles Fragen, die hier definitiv im Raum stehen. Die Frage, die definitiv nicht im Raum steht, sondern die ich euch beantworten kann, ihr solltet euch bei Freedom24 jetzt aktuell anmelden, denn es gibt bis zum Ende April eine sehr geile Aktion, die ich euch gerne nochmal vorstelle. Und der Link zu Freedom ist unterhalb des Videos in der Infobox. Wenn ihr euch nämlich kostenfrei anmeldet oder schon angemeldet seid und jetzt aktuell Geld auf euer Konto einzahlt zwischen 5.000 und 19.999 Euro, gibt es satte drei Gratis-Aktien dazu im Wert von bis zu 800 US-Dollar. Zehn Gratis-Aktien bekommt ihr, wenn ihr 20.000 bis 49.999 Euro einzahlt. Oder satte 20 Aktien bekommt ihr gratis in euer Depot, wenn ihr mindestens 50.000 Euro einzahlen solltet. Und daneben, wenn ihr mit Aktien und so weiter gar nicht so viel zu tun habt, ihr bekommt natürlich ebenfalls auch sehr attraktive Tagesgeldzinsen, genauso wie auch Festgeld. Also guckt es euch gerne an, Partner des Kanals hier, Freedom24, unterhalb des Videos verlinkt. Und da muss man sich in Thüringen doch offensichtlich Gedanken darüber machen, wen möchte ich wählen, wen möchte ich hier unterstützen? Wird die Thüringer AfD vielleicht die absolute Mehrheit bekommen und wird den Ministerpräsidenten automatisch stellen? Wenn wir uns die aktuellen Umfragewerte dazu angucken, sind sie davon noch zu weit entfernt, dass das realistisch ist? Und dann muss man sich ja überlegen, wer wird sonst gewählt, beziehungsweise wie wird eine Koalitionsbildung aussehen? Wir sehen ja hier, in jeder der einzelnen sieben bei diesen letzten zwei Wahlumfragen ist die AfD drin, bis auf in einer einzigen, nämlich in dem CDU, Linke und Bündnis Sarah Wagenknecht. Und das möge man sich mal vorstellen, wie die Linke über die Russlandnähe von der BSW immer wieder moniert hat. Und jetzt auf einmal heißt es, es wäre eine Möglichkeit, oder wie genau hat sich der Herr Ramelow ausgedrückt, Zitat, Regierungsmehrheit aus CDU, Linke und Bündnis Sarah Wagenknecht ist vorstellbar, heißt es jetzt hier schon fünf Monate im Voraus. Und genauso, dass die CDU ja schon oftmals mit Links geliebäugelt hat, wird doch definitiv darauf hinauslaufen, dass das kommen wird. Also wirklich eine interessante Entwicklung für die Bürger im Freistaat Thüringen. Und das Ganze geht hier aber auch nochmal weiter zu dem Herrn Rothmund. Das wäre nämlich hier Höcke inhaltlich stellen zu wollen, ein gewagtes Ziel. Rechtspopulisten würden in ihren Positionen geschickt hin- und herspringen. Es kann sein, dass eine Lüge dabei ist, dass man auf ein anderes Thema wechselt oder dass irgendwelche Einzelheiten generalisiert werden. Ja Leute, da sieht man, wie hier gearbeitet wird. Das kannst du doch nicht als sachliche Kritik ernst nehmen. Er sei gespannt, ob Vogt besondere Strategien habe, um Höcke zu entlarven. Zitat, ich habe das noch nicht oft gesehen, dass Journalisten oder Politiker in der Lage waren, Rechtspopulisten argumentativ zu stellen. Nö, das habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Da gebe ich dir mal in Rotmund definitiv recht. Aber das liegt halt nicht daran, weil sie kognitiv nicht in der Lage zu... Okay, vielleicht schon. Egal. Sondern weil die Argumente halt schlichtweg nicht vorhanden sind. Das muss man ja wirklich sachlich ganz klar hier erwähnen. Abschließend sagt er auch noch, ich halte es für einen unklugen Schachzug der CDU. Es hätte ja auch ein Triell, also drei Leute sein können. Ihre Position wäre in solch einer Dreierkonstellation viel stärker. Ja klar, man muss sich natürlich noch irgendeinen Helfer dazu suchen, damit man mit zwei Parteien gegen eine einzige Partei ankommen kann. Dementsprechend abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr neu seid. Schreibt jetzt eure Meinung in die Kommentare rein. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten. Danke und ciao.